Der Wolf. Blackstaff kehrte mit weiteren Beweisen für seine Macht zurück. Es war schwer zu glauben, dass er noch lebte. Ich hatte ihn getötet. Sein Einfluss hatte wieder einmal dieses Ganze langsames. Der Kampf gegen den Schakal war der Anfang vom Ende gewesen, der Wendepunkt in diesem Krieg. Wir nahmen den königlichen Palast wieder ein. Bereit, Lady Catherine zu Königin zu krömen. Der Wolf war nirgends zu finden. Seine Kräfte waren erschöpft. Ohne seine Verbündeten hatte er keine Chance gegen uns. Wir hörten, dass der Wolf gesichtet worden war. Er war in meiner alten Festung mit dem Rest seiner Armee. Noch heute Abend würden wir ausziehen. Heute Nacht würden wir den Wolf finden. Vieles ist seit jener Nacht passiert, in der ihr aus eurer Burg geflohen seid. Nun seid ihr zurück und der Wolf wartet hier auf euch. Die Zeit ist gekommen, um eure Burg zurückzuerobern und euch eurem Erzfeind zu stellen. Wir werden angegriffen. Was sagt ihr, mein Lord? Eure alte Burg hat schon bessere Tage gesehen, mein Lord. Die Späher berichten, dass die Burg hauptsächlich von den übrigen Männern aus Weinfurts Armee bemannt wird, Seier. Mit erhobener Haupt! Eure! Gut, gut. Können wir Pferde haben? Lordschaft. Also los dann! Toll, noch ein Marsch. Verlier deinen Helm nicht, Knappe. Es ist ein Gemetzel. Es ist ein Gemetzel. Meine Füße tun mir. Männer, an die Waffen! Für seine Lockschaft. Wir werden angegriffen. Für die Ehre. Macht den Streitkolbenkämpfern. Schlagt sie, Männer! Werdet ihr uns brauchen? Bogenschützen in Bewegung. Erwarte Befehle. Seier. Abwarten. Männer, an die Waffen! Aufs Schnellste! Kampfbereit! Unsere Sehnen sind gewachst. Lasst uns nur in die Schlacht. Spreitkolben bereit! Neue Befehle. Bereit! 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 Euer Zeichen, Sire! Augen auf, Männer! Unsere Schwerter sind die Euren! Auf euren Befehl! In Vorbereitung! In Vorbereitung! Bereit! Katapult bereit, Milo! Das ist unmöglich! Werdet ihr uns brauchen? Marsch! Haltet die Armbrüste gerade! Sire, befehle ich uns! Neue Befehle, Sire! Auf sie los! Unsere Schwerter sind die Euren! Stehen zur Verfügung! Das ist unmöglich! Ziehen los! In Vorbereitung! Wie können wir dienen? Rücken vor! Was sagt ihr, Milo? Milo? In Vorbereitung! Wie können wir dienen? In Vorbereitung! Werdet ihr uns brauchen? Stehen zur Verfügung! Brücken vor! Unsere Männer haben feindliche Soldaten gefangen genommen, Sire! Sie sagen, dass der Wolf im Bergfried ist! In Vorbereitung! In Vorbereitung! In Vorbereitung! Erwarte Befehle! Wir werden angegriffen! Männer an die Waffen! Angriff! Wir kämpfen! Tapp! Sire befehle ich uns! Für die Krone! Wir kämpfen! Tapp! Sire befehle ich uns! Sire befehle ich uns!